So, und jetzt? So, Schüsse? Scheiße, wir müssen ja ewig weit laufen und ich habe wieder keine Karre am Tag, ich laufe die Straße lang. Manche. 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 Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ja. Ich habe für einen Notfall einen M16, wenn ich nichts besseres finde. Also zumindest bin ich nicht ganz nackig, aber Munition brauche ich, ich habe nämlich nur 30 Schuss gefunden. Und hier ist keine Kammer. Auf sehr weiter Entfernung nichts zu sehen. Gut, dann guck du da mal da, weil wir sind sonst echt am Arsch. Dann gehe ich jetzt hier looten, damit ich überhaupt irgendwas habe. Was packst du? Ja, wie gesagt, also ich kann jetzt hier 200 Meter weit sehen und sehe keins. Das heißt, deswegen habe ich gemeint, es wäre gut, wenn du was findest, weil ich laufe jetzt fast eine Minute irgendwie, bis ich an der nächsten Kreuzung bin. Das ist alles andere als beruhigend, muss ich mal sagen. So, man ist unterwegs. So. So, ja. So, ja, ich müsste es jetzt mal sehen. So, ja. magst du mich abholen oder bringst du dich in sicherheit ich brauche nur medikoffer und bandagen den rest den habe ich jetzt selber gefunden und sehr geil ich weiß nicht wann ich es aufgenommen habe ich habe im vieres gruppe ich glaube den hier wäre das ja nicht sinnvoller gewesen unten an dem Haus anzuhalten ja, also jetzt brauchen wir jetzt erstmal eh nicht wechseln wenn wir jetzt beschossen werden, dann sterbe ich ja nicht deswegen jo die Häuser sind echt scheiße, also dieses Haus, dieser Haustyp ist echt scheiße, der hat voll Platz für Spawns oh, oh ja, die würde ich mir jetzt noch schnell zusammenstellen na, spring boom und los so über die Brücke fährst du ziemlich gut die Brücke ist da bei gelb und dann würde ich sagen, fährst du nach der Brücke leicht nach links das klappt nicht, das klappt nicht wow also ich würde jetzt nicht rechts rum fahren sondern links rum nein, nein, nein über die Brücke, über die Brücke ich meine, Entschuldigung ich meine, du kannst jetzt nach der Brücke, hättest du rechts oder links um den Berg fahren können und ich würde dir empfehlen, links zu fahren Loch, Loch, Loch ich finde ja, dafür ist der Buggy super aber ich finde der Dacia, der kommt mit den mit diesen kleinen Wellen gar nicht mehr klar ja, ist genau richtig weil die Zone hält gleich an und da sind wir ich würde mich dann einmal heilen ja, jetzt sind wir sogar schon in der nächsten Zone also ich habe ne, Verbände habe ich also noch ein paar also wenn du welche nicht mehr brauchst, nehme ich die noch also ich habe jetzt eins, zwei, drei was? also neun Painkiller nein, nein, die habe ich nicht mitgezählt also ich meine jetzt eins, zwei, drei ok, dann komme ich zu dir nehme dir die beiden Verbände ab und die Tasche wählst du ok echt, warum nimmst du nicht einen Energy Drink? ja ich meine es, dieser Fitzel, der übrig bleibt zwölf Uhr zwölf Uhr genau vom Autos zwölf Uhr zwei Leute ja ja, noch nicht ich sehe sie nicht mehr oh ja ja ja, haben wir doch gesagt ok ich bin fast tot na gut, ich gucke links raus, du rechts ja, wie viel hält denn der aus der heilt sich ach so, du hast scheiße, ich bin rausgelaufen ich dachte, du hast ihn gehen nach rechts äh, leicht nach rechts ok gib mir eine Sekunde ja, ich weiß nicht, ob er weiß, wo ich bin was ist denn das für ein Scheiß wie lang hast du noch oh god, nimm dir das scheiß Ding in die Hand der ist tot ich habe es nämlich auch gerade gemacht das ist die Frage wo der andere gestorben ist er war irgendwo hier rechts aber ja, da liegt er alles klar sechs Sanitaschen vierer Scope und er hatte, glaube ich auch dreier Helm alter Falter alles voller Granaten und er hat eine SKS na, dann nehme ich ja das war heute der, der dir so wehgetan hat ähm, ja ne, brauche ich nicht kannst du liegen lassen also ich habe bei mir hier liegt auf dem Boden äh, liegt ein vierer Scope für dich das Schalldämpfer AR nicht schlecht die habe ich gerade eben eingesammelt Bankpolster habe ich hier ist ein Kompensator boah, wie geil ja, den habe ich schon weggeschmissen meinen eigenen ich muss jetzt gerade gucken ja, hier muss irgendwie noch ein bisschen mehr scheiße, ob ich da irgendwas weggeschmissen habe oder ich nicht hätte wegschmeißen sollen ich hätte ein Extended Magazin mal gucken ja, auf jeden Fall nein AK Munition brauche ich wahrscheinlich nicht ich muss nur irgendwie Platz für die normale 5-5-6-Zer schaffen was habe ich denn für einen Scheiß 440 auf Reserve so, dann auf zum Auto nee, ist arg weit weg war jetzt eine lustige Aktion ja, ich hätte sagen sollen vom Auto aus ja, ich wollte nach hinten ach so, ja hier weiter links also, du kannst hier schon fahren aber wir versuchen auf die hinter die Zone zu kommen weil die andere Seite ist total kurz ach so, ja genau ich habe jetzt 6 Cover eingepackt da sind also für dich noch jede Menge übrig und dann habe ich noch 2-4 also 6-2-4 Baum was machst du denn? hast du wieder auf die Karte geguckt oder was? und ich sage noch Baum ja, war zu knapp war mir schon klar NEIN das ist ein Arsch der nutzt ja das einfach aus dass wir ihn aufs Maul kriegen ist ja geil so, brauchst du Koffer? wie alt ist dir? äh, nein ich kann dir noch einen dritten geben ja, jetzt laufen wir halt Auto ist ja im Arsch hast du ja gut gemacht ich würde ein bisschen weiter nach links gehen weil wir laufen jetzt gerade auf diese Häuser zu die immer besetzt sind die下面 zu die比 36 die Ich lege mich hier in den Push. Ja, deswegen sage ich ja. So soll ich ja vorher stehen. Du hast das Viererskort vorhin hoffentlich aufgenommen, ne? Ach, scheiße, wir müssen uns bewegen. Oh, das wird lustig. Guck dir mal die Zone an. Ja, wir müssen eigentlich ja... Also wir müssen irgendwo hier hin, ne? Ja, aber das Blöde ist, links von uns wurde geschossen. Also es ist eigentlich scheißegal, wie wir laufen. Es kann ins Auge gehen. Das sehe ich nicht. Ne. Ah, okay. Alles klar. Ja. Wir werden von rechts... Also nicht wir werden beschossen, aber von rechts habe ich einen Schuss gehört. Aber jetzt sind wir im toten Winkel von den meisten Sachen. Ich gehe also jetzt geradeaus weiter, weil die werden nämlich genau dahin wollen, wo wir hinwollen. Und deswegen muss ich unbedingt vor denen da sein. Notfalls, ja. Ich hasse das ja, weil du dann halt jeder weiß, wo du bist, aber... Ja. Die liegen noch da, ne? Gut, dann lauf du mal weiter. Und ich habe ja... Ja, ich habe ja einen Schalldämpfer. Ne, der läuft... Der guckt in eine andere Richtung. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Wollte das... Das kommt aber nett von denen, oder? Ne, ne. Das ist alles bei mir eingeschlagen. Man sieht, das war dir. Das kam von den Häusern. Ja, das kommt von den Häusern. Die laufen unten auf uns zu, am Wasser. Ne, ich... Mein Schatten hat eh verraten, dass ich da auf sie warte. Wenn sie den nicht gesehen haben, sind sie selber schuld. Können wir irgendwie am Wasser weiter außen lang laufen? Geht das? So, na? Ne, also... Ja. So, ich gehe weiter. Hier ist nämlich eine Mulde. Ne, die will ich rein. Dann sind wir nicht fast in der Zone drin. Die Jungs, die wir gerade beschossen haben, die können da nicht hoch. Die müssen außen rumlaufen. Gut. So, ich will nur gucken, ob hier einer ankommt, aber die scheint nicht so zu sein. Ne, das ist von meinem... Bei meiner Haupt... Äh, bei meiner Aufblick, ne? Bei meiner Akustik kam das von hinten. Wenn sie da lang laufen, ist das... Achso. Okay. Okay. Ja. Ist der noch da unten? Granat ist raus. Heil mich bitte, ich bin hinter dir. Heil mich. Danke. Wiederhören. Ja. Irgendwas schießt hier rein. Ich gucke nach rechts, ja. Ja, ich würde auch gerne Kills, aber dann halt nicht, ne? Ich wundere halt, die Typen müssten da längst hochgekommen sein. Ich weiß nicht, was die vorhaben, weil jetzt wird die Zone sie gleich echt böse nehmen. Ne, warum sollen die da unten tot sein, die wir da gesehen haben? Dann würden sie aber echt lustig spekulieren. Ja. Eben, eben. Und der Stand ist auch noch frei. Das ist auch noch ganz lustig. Ja, ich würde auch oben bleiben, aber die Frage ist jetzt, komm, hier drüber hüpfen und jetzt loslaufen. Wo? Wo denn? Ja, aber der wird jetzt von der Zone gleich gekillt. Lass uns mal lieber laufen und... Ja, weil ich möchte jetzt nicht, dass die anderen wissen, von wo wir kommen. Wie meinst du, dass hier unten noch jemand saß? Ja. Okay, den müssen wir dann nehmen. Wo ist der? Ich denke, ich habe Schalldämpfer, aber ich sehe ihn noch nicht. Wie? 255? Ich sehe ihn nicht. Ah, da. Ja. Ne, nicht einmal. Wir müssen noch ein bisschen vor. Das mache ich jetzt. Meine Fresse, der hat gut gesessen. Das heißt, irgendwo ist der Zweite. Da ist wohl noch eine, ja? Sie ist... Ohne? Ah, sehr schön. Ja, den. Ja, weil von... Ich wollte gerade sagen, von hinten kann doch jetzt gar keiner mehr kommen, oder? Und damit kriegen wir sie doch von zwei Seiten. Manchmal müsstest du dir selber zuhören. Das ist echt lustig. Achso, und du gehst einen weiter. Okay, ich komme. Ich weiß nicht, aber ich bin so gut wie tot. Der hat geschossen. So, pustest du? Ja. Ja, ich puste nämlich jetzt auch gerade. Ich verstehe nicht, wie das sein kann. Ist der vielleicht unten? Aber ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht. Also, oben sehe ich keinen. Ja, der guckt aber gerade. Gibt es immer noch da? Warte. Ja. Das war er schon. Das sind die da vorne. Hat ein Treffer. Ich habe noch zwei Granaten, aber dafür sind sie zu weit weg. Ja. Ich habe noch gesehen, wer da geschossen hat von den beiden. Also, einer ist in dieser Senk. Ich weiß nicht, wo der zweite ist. Er hat kurz aufgestanden. Das ist ihm nicht gut bekommen. Ja, ich weiß. Die müssen. Aber wir haben halt den Vorteil, dass es offen ist. Er ist gleich gestorben. Er war angeschossen. Aber was ich jetzt denn verstehe... Jawohl! Guckt doch mal. Outside. Der war unten. Genau. Ja. Und deswegen. Da war eine unten. Sehr schön. Ach so. Jetzt haben wir zum Glück aufgenommen. Wie soll man... Ja. Okay. Vielen Dank.